Kirsti, was machst denn du da? Es ist mir so öde. Öde? Ja. Hm, naja, öde ist ja quasi heute unser Stichwort. Heute ist nämlich die Vorstellung von der Nachbarschaft Öde an der Reihe. Dann ist das ja ein super Übergang. Na ja. Hallo, ich sag's durch die Blume. Ich bin die Regina Fondern, Obernachbarin der Nachbarschaft Öde. Für uns geht dieses Jahr wieder der Justin an den Start. Er ist schon das dritte Mal dieses Jahr dabei. Es ist jedes Jahr besser geworden. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr noch besser wird für ihn. Und ich drücke ihm ganz, ganz fest die Daumen und freue mich schon auf den Song Contest. Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich wahnsinnig, auch dieses Jahr wieder beim Schwellenmachsform Contest mitzuwirken. Und mittlerweile zum dritten Mal für die Nachbarschaft Öde. Am 16. März 2019 ist es dann wieder soweit und wir rocken gemeinsam das Jugendzentrum Schwellen. Ja, ich freue mich wahnsinnig. Ich freue mich wahnsinnig auf alle Starter und auf die ganze Party quasi, die wir da gemeinsam wieder schmeißen. Genau, ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und gehabt euch wohl.